So, liebe Leute, liebe Freunde, was nice. Ja, jetzt geht es weiter. Wie ihr wisst, wir waren einkaufen gewesen. Speziell für euch haben wir unseren Film gestaffelt. Also in mehreren Teilen. Unser Video ist gestaffelt. Genau, in mehreren Teilen, damit ihr auch einen besseren Durchblick habt. Also damit ihr nicht denkt, oh Gott, jetzt müssen wir einen Film gucken, eine halbe Stunde, drei, vier Stunden, eine Stunde, eine halbe Stunde oder zwei Stunden. Oder zehn Stunden. Denn es soll ja auch im Endeffekt, soll es euch auch Spaß machen, die Sachen zu schauen, damit ihr auch sagen könnt, so, wir können jetzt gezielt schauen, wir können jetzt mal den Kleider gezielt anschauen oder Jeanshosen oder Blusenshirt. Ja, und dann haben wir uns jetzt entschieden und sagen, so, jetzt kommen Tuniken plus Kleider. Genau. Tut mir leid, wenn die Kamera ab und zu mal so ein bisschen zuckelt, das kann passieren, weil meine Hand immer noch verletzt ist. Ja. Also Tuniken haben wir von Small bis Big Shirt, kann man sagen, also der Kleider ist groß, haben wir auch dieses Tuniken, das ist richtig schön lang und weit geschnitten, wie ihr seht. Butterfly. Also absolut der Hintenrucker. Richtig schön locker, richtig schön leicht, auch mit diesen Schmitteln hin drauf, ein super Druck. Diese Tuniken könnt ihr auch über den Badeanzug reinfach mal tragen, weil die führen ja auch Badeanzug oder so ein Bikini, einfach so zum Drüber schmeißen. Und die sagt, okay, wir wollen ganz schnell zu Bar mal geben, man muss schnell was trinken gehen, schmeiße ich das einfach so drüber, hat eine richtige Länge. Super bequem, auch hier an der Seite, ihr habt richtig unter die Luft. Also ich habe schon mehr ein Poncho-Tunika als ein Tunika in der Welt. Er fällt richtig gut und groß aus und es sieht einfach da. Das ist ein ganz tolles Kleid, richtig schön rabiniert gearbeitet, wie ihr seht, auch hier oben, auch hier hinten auch gearbeitet, ein super Druck, ganz dezent, aber es hat was. Hinten fällt es einfach so, ganz schlichte, angedeutete Taschen, wie ihr seht. Also es ist richtig schön sportlich garbe, die könnt ihr als Kleid tragen, als Tunika, auch neue Leggings, also könnt ihr richtig vielseitig tragen und auch einfach mal mit Badeanzug. Dann habt ihr hier das Kleid. Auch richtig schick gearbeitet, einfach richtig schön lässig gearbeitet, so geht es um Angriff für 29 Euro. Dieses Teil, wie ihr seht, erinnert auch so ein schöner Frühling, erstes Schmetterging, das Blumen, tolle Farben, auch klasse. Dann habt ihr hier eine Tunika. Das ist, wie ich sage, dreiteilig, das heißt hier drunter ist noch eine Bluse, Überwurf plus Tuch. Also dieses Tunika ist auch ein absoluter Hingucker, macht es sehr gut auch mal, auch weiße Jeans, drüber einfach runterreiten. Ihr seht, es sieht einfach klasse aus, richtig schön sportlich, richtig flott, seid immer mit rundum angezogen, beim Tunika macht man nie was falsch. Wenn du drei Teile auf einmal, seid ihr auch ein absoluter Hingucker. Dann habe ich hier auch ein Leinentunika, auch richtig schön weit geschnitten. Kurze Arm, Einheitsgröße, passt jedem, aber auch Brotra, Biskus LXL. Leinent ist ja bekanntlich immer sehr angenehm, besonders in den beiden Tagen. Jetzt steht es ja noch nicht drin, eigentlich was man fühlt sich rundum rum. Dann auch nochmal dieser Frontschub-Tunika, was ich euch eben schon mal gezeigt hatte, eine Puppe, jetzt sieht das nochmal richtig. Wie toll und wie weit das fällt, dieses Tunikas von Missy, das ist jetzt die neue dazugehörige Kollektion. Die wir jetzt erstmal probehalber mal hier reingebracht haben. Ob sie euch auch gefällt, genau. Sollte Sachen wird das Missy auch erweitert. Beide halt wirklich tolle Sachen, auch von den Farben her, also die klare Farbe, ich finde es bunt, aber trotz allem klare Farben, der absolute Hingucker. Einfach klasse. Ja, dann habt ihr auch nochmal Tunika und Shirt. Und hier nochmal die Beschriftung drauf. Super steht es hier drauf. Da hat der Arm. Macht euch mal ganz gut, macht einen schwarzen Schins. Sieht auch ganz toll aus. Ich meine, damit könnt ihr nur super aussehen, oder? Wenn da schon super draufsteht, dann könnt ihr super aufstehen, also kannst du das selber verstellen, kannst du es hochmachen, kannst du es auch lang runtertragen. Genau, also es ist wirklich ein absoluter schickes Teil. Oder dieses Tunika, auch mit Racklanarm. Ist auch unterlegt, richtig schön weit gearbeitet. Mit passender Sternenkette, wie ihr seht, eine hübsche Kette, mit Sternchen, mit Sternchen, und das Sternchen soll nochmal ein kleines Straßstrahlsternchen machen. Also mit Kettenkötter zu, so ein absoluter Hingucker. Also richtig schick. Dann nochmal ein Bein-Tunika. Drei Viertelarmel. Vorne, mit Taschen. Richtig schön sportlich gearbeitet, auch etwas verspielter. Im Rückenteil, also ihr seht auch, das fällt richtig schön weit. Kann man auch ganz gut das große 46 tragen. Jetzt nochmal das Bezahlungsprogramm. Diese Spitzentunika, das wir auch eben in Rot hatten, haben wir auch in diesem große Ton. Fällt richtig schön weit, wie ihr seht. Auch in den Armen. Das ist ein Big-Sides-Programm, die kann man gut tragen. Das größte ist jetzt 1558. Dazu passend zeige ich euch jetzt auch mal das Top. Das kann man eben auch ohne weiteres da drunter tragen, damit dieses Tunika nicht transparent wird. Und schon ist es okay. Ja, und später könnt ihr es so tragen. Ja, da kann man es auch so tragen, genau. So schön weit und lässig gearbeitet. Absolut total. Dann habe ich nochmal dieses Kleid, das wir eben gereist haben, auch mit meinen Füßen. Finde ich hier sportlich. Ohne auch nochmal zum Fuderton. Wie ihr seht, haben wir auch schon hier das Kleider da. Und nochmal hineinutfällig. Dann habe ich für euch nochmal dieses schöne Spitzentunika in der Big-Sides-Programm. Das ist auch eine große Größe. Dieses Tunika fällt auch sehr schön. Passend dazu, gibt es auch den Top wieder. Also, das ist ein absoluter Guckuck. Hier habt ihr auch nochmal ein großes Poncho-Tunika. Fällt auch wieder richtig riesengroß aus. Wie ihr seht. Es ist schön luftig. Richtig schön luftig, richtig schön bequem. Ein toller Druck. Also, das schmeißt man einfach so drüber, man fühlt sich wohl. Und wie gesagt, das könnt ihr auch wenn man badern, so könnt ihr die Teile tragen. Ja, oder bei einer Grillparty oder so. Einfach mal so. Oder mal im Gartner, wo sich das rüber schmeißen. Also, das sieht auch gut aus. Oder dieses Tunika, ist auch schön weit geschnitten, ist wirklich seidig. Mhm. Oberblich ist auch seidig. Auch schöne interessante Farben, so ein bisschen watig angehaucht. Ja, komisch. Jetzt sieht man, dass ihr das vom Nahen seht. Doch, das sieht man. Also, absolut toll, auch wie die Umgabe, die ist vorhin kürzer, eben etwas länger. Gut. Dann habt ihr auch hier ein Bosenshirt. Wat? Mit einem Stern drauf. Okay. Also ein Tunika. So. Mit einem Stern drauf. Hey. Larisch gearbeitet. Auch richtig schön weit gearbeitet. Hey. Wir konnten da. Na? Das Vorwäsch. Ja. Hi. Hi. Wollt ihr gerne mitmachen? Das ist super. Ja, das ist ja. Also, dieses Teil wird auch an die Seite nochmal. Das können wir lange kurz tragen. Der Arm hier. Das ist richtig schön luftig gearbeitet. Ja, das ist richtig schön aus. Sehr schön. So, mit den Tönen, ne? Ja. Das ist richtig klasse. Da haben sie das gemacht worden. Das ist mal was ganz anderes. Ich weiß ja nicht nur, immer so dieses ganz Legere. Der hat sich da echt was einfallen lassen. Aber das sind die Italiener ja meistens. Mhm. Das ist gewisse. Etwas. Etwas, genau. Auch hier ein Shirt. So, sehr schön. In der Tunika. Auch richtig schön lang gearbeitet. Schön weit gearbeitet. Tolle Drucke. Pfiffig. Einfach stark. Kann da so weiter kommen jetzt? Ja, der kann hier wirklich kommen. Hier nochmal. In der Wichstheit. Das ist raffiniert. Das ist cool. Da arbeitet so ein bisschen Lederoptik. Ja. Das sieht richtig toll aus hier. Auch das Muster, die Knoten, das tut das voll auflockern. Ja, das ist gerafft. Das ist mal ganz raffiniert. Das hat nicht jeder. Hinten. Redet so. Das ist auch wieder so ein Teil. Das könnt ihr ganz gut, würde ich sagen. Ja, bis Größe 56, 58 könnt ihr das auch tragen. Also wie ihr seht, ist auch was für euch dabei. Man kann jetzt auch einfach mal eine schwarze Hose tragen. Sieht immer auch in der weißen. Also es sieht immer top aus. Jetzt sieht man aber auch, wie das will. Kann man richtig hoch machen. Ja, wir haben jetzt wie gesagt viele, viele Variationen. Ob im Small- oder Fix-Sites-Programm. Wir haben uns ja jetzt wirklich sehr viel Mühe gegeben. Das ist auch sehr schön. Bei den, auch hier unten wieder mit dem Tüll. Das ist, finde ich, auch ganz toll. Richtig schön, lebel und fein. Und auch nochmal angesetzt, den Tüll. Also absoluter Hammer. Hier haben wir nochmal Tunica, auch in der Süd-Sites-Programm. Ich bin seltener auch wieder mit dem Cousin 50 und so noch bis 60 kann man jetzt tragen. Und auch nochmal ganz gut. Das haben wir jetzt schon mehreren Farben gezeigt. Und dazu wieder passend. Das ist top. Ja, das ist richtig schön lang und weit und bequem. Ich nehme die Teile. Hier nochmal ein Tunica aus Leinen. Dafür muss aber auch nicht fehlen. Leinen, das ist immer sehr rautfreundlich. Man schwitzt nicht rein. Das klingt auch der Rauch. Das sieht auch immer super aus. Hier ein Tunica. Auch ein bisschen hübsch gearbeitet, auch mit dem Faden her. Mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Traumfänger, oder? Ja. Traumfänger? Ja. Traumfänger. Sorry, ich habe jetzt gar nicht die Räder gesehen. Nicht Fahrrad, Traumfänger. Traumfänger. Ja. Sorry, Traumfänger. Ja, ich sage jetzt gar nicht die Räder von hier oben. Das wird schlecht sehen. Dann nochmal so. Auch richtig schön von klein bis groß zu treiben. Dann auch dieses Tunica. Auch nochmal mit dem Stern. Die Sterne auch mit dem Bretengabel. Die sind auch richtig schön festgearbeitet. Und die sich nicht verlieren. Hintermüngehalten. Das würde sagen, es ist schon was für jemand, und dann haben wir hier was dabei. Also das ist sehr vielseitig. Auch nochmal die Leimkorn, die ist mir beig. Und auch dieses Tunica dreiteilig. Mit Überwurf und Bluse. Und dazu nochmal ein Tuch. Das kann man dann wirklich schön variieren. Das sieht auch ganz schön aus. Damit kann man auch wieder bestellen. Also nur kurz. Sehr hautfreundlich gearbeitet. Dann nochmal in der grünlichen Farbe, das Leim-Tunica. Was ich auch ganz toll finde mit dem Pfeil von der Tunica, dass es so ein bisschen asymmetrisch fällt. Das hat so ein bisschen asymmetrisch im Pfeil. Wenn man sagt, der wird etwas länger, und dann etwas kürzer. Und dann kann auch noch eine Frau tragen, die etwas kleiner ist. Zum Beispiel mit Du. Ja. Dann hat man nicht das Gefühl, dass es mit klein ist, oder man weiß, dass man zum Beispiel kann. Das ist elegante. Hier oben nochmal mit dem Strass gearbeitet. Hier oben fängt es so ungefähr wie top. Dann hier an der Seite. Der Arm, der ist dann an der Seite etwas frei und fängt sich dann hier unten wieder auf. Oh, eine Brosche. Also richtig schön etwas durchbrochen. Und hier oben nochmal mit dem Strassstein. Das sieht aus wie so eine Brosche. Genau. Sieht super schick aus. Hier oben auch nochmal so ein bisschen angesetzt. Hat einen super Fall. Kann getragen werden. Das kostet 58. Also ein absoluter Hingucker. Also das kann man auch ganz gut getragen. Auch die kommt ja jetzt in Kürze von Million. Na, auf so festliche Tage. Da hat er ein absoluter Hingucker. Das ist jetzt nur einmal da. Also man kann es auch mehrmals nachbestellen. Ich halte es so ja genau. Man ist so ein absoluter Hingucker. Dann auch dieses Tunika. Das könnt ihr jetzt als Kleid tragen. Oder als Tunika. Das wird zwei in einem. Auch mit einem Scheut dabei. Also quatsch mit einem Tuch dabei. Das ist so ein Kleid. Dann kannst du das Kleid nur als Tunika tragen. So zwei in einem. Auch mit Räumen mit den Hosen nochmal drauf. Das heißt, ich könnte das bestellen. Dann habt ihr dieses Tunika. Ist auch sehr hübsch gearbeitet. Auch schröstlich schön weit gearbeitet. Das Kleid geht auch bis zu 46,58. Ja, hier vorne nochmal ganz rabiniert. Die Blumendürfe Dürre. In der Mitte diese Stickerei von der Blumen. Mit Hand aufgestickt heißt es. Also ist wirklich sehr viel Arbeit drin. Das ist auch eine sehr gute Firma. Also hat einen ganz tollen Fall. Absolut, super. Hier haben wir nochmal ein Kleid. Das hat mir jetzt eben auch schon mehrere Farben gehabt. Viele kennen das jetzt schon. Deshalb sage ich auch nicht mehr viel dazu. Ein hellblöw. Also eisblau kann ich schon mehr sagen. Eisblau. Da habe ich auch so ein bisschen mit den Taschen an der Seite. Sind an der Seite nochmal mit den Flaschen abgearbeitet. So richtig schön sportlich. Hier habe ich auch eine Tunika. Auch wieder dreiteilig. Wieder dreiteilig. Mhm. Und jetzt schön lage ich nochmal. Und dann so. Und dazu passend. Mhm. Und dazu passend ist gut. Ja klasse. Also ganz ehrlich sieht klasse aus. Es ist aber voll ein bisschen gepfranst. Mhm. Das sieht einfach toll aus. Und ich wünsche euch die schöne frische Farbe. Damit seid ihr auch super angezogen. Das könnt ihr mal Schiedshosen tragen. Oder auch die Metier mit Spätschosen. Also da seid ihr wirklich toll. Hier haben wir ein Kleid. Auch ein bisschen weit beschnitten. Lagenkleid. Ja. Das ist schon los. Mhm. Das ist auch sehr gut gearbeitet. Auch ein bisschen leicht. Und so ähnlich. Wie auch dieses Kleid hier. So. Ein Tuch dabei, wie ihr seht. Hält auch richtig schön weit. Super bequem. Tolle Farben. Also die Sachen muss mit angezogen sein. Die sehen dann wirklich toll aus. Also so. Das ist etwas länger. Ein bisschen nostalgisch, oder? Ja, so ein bisschen nostalgisch kommt das rüber. Die Slavikart gibt es auch noch so ein bisschen blau mit Rosé. Ganz leichtes Rosé. Das sind zwei Farben. Ja, cool. Dann habe ich dieses lange Kleid. Also die Kleider, wie das sage ich immer wieder, die muss man angezogen sehen. Angezogen sehen, die sieht super schick aus. Kann man elegant tragen, kann man sportlich tragen. Also die Frauen sind sehr schön. Also die Frauen sind ja echt toll. Oder wer es so ist, die Punky mag. Bang! Tollig stretchkleid. Könnt ihr auch am Strand tragen. Könnt ihr auch am Strand tragen. Oder im Disco. Also ihr seid auch mal super mit angezogen. Richtig schön auffallen. Also ihr seid so ein absoluter Hingucker. Richtig schön auf dem Wasser. Ja, dieses Tonika mit den Totenköpfen. Sieht auch stark aus. Naja. Und einen langen Abend für kühlere Tage. Hat man hier auch in Köln. Ja klar. Oder wenn die in Urlaub fahren. Manchmal ist es ja so, tagsüber ist es warm und abends kalt. Genau. Ist so. Ja, Klima. Ja, aber dieses stretchkleid. Die dausstattel aus. Auch mit den Totenköpfen drauf. Da sind die Totenköpfen. Totenköpfen drauf. Halt sie mit dem Hingucker. Sieht auch immer super schick aus. Aber wenn ausgefallen ist. Ja. Weil nicht jeder weiß. Ja, oder denn diese Tuniken. Richtig schön weit fallen. Die ist Größe 60. Die sind jetzt auch ein Angebot für 19 Jahre. Da sind wir jetzt mal wieder durch mit den Tuniken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kommt einfach vorbei. Zu Ullala-Moden der Klapperstraße 576 in Köln-Ulweide. Frau Bin jetzt ja schon da, ne? Ja. Ich habe jetzt noch ein bisschen was gesehen. Ja, und Uda ruft mich an, wenn euch was gefallen hat. Wir senden auch zu. Wir senden jetzt immer wieder, weil wir auf kleinere Folge schon den zusenden. Es mausert sich immer etwas zu sammeln. Aber Sie können uns erreichen unter 0, 2, 2, 1, 29, 70, 375. Könnt ihr mich anrufen. Wir sagen, Valida, das hat mir gefallen. Das möchte ich gerne haben. Kannst es mir zusenden. Kein Problem. Der Rest, wir können wir dann für die Befülle. Ja, dann sage ich einfach mal, bevor ich schaue, sage, was sollen wir? Abonnieren. Mike nicht vergessen. Und das? Teilen nicht vergessen. Und vergesst mal nicht auch, dass die Kesselmöcher dann auch das Glöckchen zu drücken. Da ist immer die Nummer 1. Genau. Okay, wir sehen uns. Ciao.